Willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit der JavaScript-Serie. Und in diesem Video möchte ich euch etwas zeigen, was nicht so allzu schwierig zu verstehen ist, aber was man einfach wissen sollte. Und zwar, nehmen wir mal an, ich hätte hier eine Variable var a ist gleich 1. Dann mache ich hier eine Funktion f und hier mache ich mir auch eine Variable var a gleich 2 und jetzt gebe ich, Entschuldigung, jetzt gebe ich a aus, console.log a. Jetzt ist die Frage, welcher Wert wird ausgegeben? Wird 1 ausgegeben oder 2? Schauen wir nach. Tatsächlich wird erstmal natürlich gar kein Wert ausgegeben, weil ich f nicht aufgerufen habe, aber wenn ich das mache, dann wird 2 ausgegeben. Das liegt einfach daran, dass sich die Variablen so verhalten, immer wenn so ein neuer Block gestartet wird, dann, also, JavaScript schaut, wenn man so eine Variable ansprechen will, immer nach, wo es die denn frühestens finden kann. Also, meinetwegen, wenn man so eine Funktion hier hat, die Funktion f, da drin befindet sich eine Variable a. Und wenn das so ist, dann nimmt es die, also es nimmt immer die, die quasi am nächsten dran ist. Also, wenn man f aufruft, dann sucht es zuerst in der Funktion f, ob da eine Variable a ist. Und sonst sucht es halt außen um die Funktion f. Also, wenn ich hier die Variable a nicht drin hätte, dann würde es außen suchen und hier hätte es dann Variable a gleich 1. und die wird dann hier auch ausgegeben. Das wollte ich einfach nur mal kurz gezeigt haben. Das ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, das Verhalten. Das kennt man von relativ vielen anderen Programmiersprachen auch. Aber ich wollte es einfach nur mal kurz gezeigt haben, dass es im JavaScript eben auch so ist. Und in der nächsten Episode kommt dann etwas relativ Interessantes. Und zwar zeige ich euch dann, wie man selber eigene Datentypen schreiben kann. Also, wie kriegt man es hin? Dass man selber eigene Datentypen schreibt. Zum Beispiel irgendwie einen Datentyp für eine Farbe oder so. Das kommt im nächsten Video. So, und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, man hat es halbwegs verstanden. Wenn nicht, dann einfach in den Kommentaren nachfragen. Und bis zum nächsten Mal.